Herzlich Willkommen zurück zu Resident Evil 4 Hier mit Luis unten Bei den Insekten In der Mine Letzte Folge ein bisschen mit den Lohren rumgefahren und so Und jetzt geht's hier weiter Hier fliegt noch ein bisschen Viehzeug durch die Gegend Jetzt fehlt aber tatsächlich noch ein exekten Baueingang Und weil wir jetzt dann hier rumfahren Wahrscheinlich es uns noch einen geben wird Die kommen von da unten Soll es mir vielleicht einen Tipp geben? Wieso häng ich mir auf weil es mir von den Sporen halt Genau was mein ich Nee das ist es auch nicht Ah da oben komm mal Nice Aber wenn du wichtig bist dann wir die Quest auch haben Jetzt haben wir die ja fast alle gemacht Und das möchte ich auch alle machen Wenn das geht würde ich gerne alles machen Aber manchmal verpasst ich halt das immer so Das äh Saphir immer von denen bekommt Gut So Puh Bin ich erledigt Da weiß man solche Technik doch zu schätzen Ich kapier's nicht Warum dein Leben riskieren Du kennst uns doch gar nicht Hab ich doch gesagt Damit ich mich besser fühle Komm schon sei einmal ehrlich Los Illuminados Ich hab für sie gearbeitet Siehst du Wusste ich's doch Euch zu helfen macht das nicht wieder gut Das weiß ich Aber Ich will nicht dass noch mehr Menschen zu Schaden kommen Wenn das so ist Häng dich gefälligst rein Harsche Worte für einen Knappen Endlich raus aus dem Höhlenloch Die frische Luft ruft unseren Namen Borfin Denn wenn wir erstmal hier sind Bedeutet dass wir sind fast Fast war's Luis Lange nicht gesehen Rookie Major Krauser Was soll das Warum Sicherung von Diebesgut Und nebenbei beseitigung von ein paar Härten Einfacher Job Herr Ashley Das waren Sie Du kapierst schnell Was hab ich dich gelehrt Messer sind schneller Nicht schlecht Der Scheißgross Hä Ehh Der Scheißgross Werden Sie von diesem Kult kontrolliert? Das hat nichts mit denen zu tun Ich hab mich hierzu entschieden Ich rufst mal noch richtiges Messer aus Ihr seid freier Mann So langsam Nicht übel Major Sie können nicht klar denken Oh Ich denke klar wie nicht zuvor Jetzt konzentrier dich Und zeig mir was du kannst Ein Soldat wie sie Der für solche Irren arbeitet Wieso? Wieso? Schon vergessen was vor zwei Jahren passiert ist? Ja Klammig Meine ganze Einheit Ausgelöscht Und unsere Regierung hat einfach Das ist ja unfair Mach dich bereit Das war du rütteln Maul Maul Alles gab Block du Motherfucker Sorry Genau Drück Ja der ist gut Das muss man immer lassen Ich versteh's ja Was passiert ist ist Unverzeihlich Aber sie können deshalb nicht unschuldigen Menschen schaden Er ist immer noch ein Kind Das wird eine Fantasie von gut und böse Klammern Zum Teufel Was ist los mit dir? Was ist los? Machst du etwa schon schlapp? Scheiße Sie lassen mir wirklich keine Wahl Genug gedauert Wird Zeit dass wir das Ich kenne jeden deiner Züge Ich habe sie dir beigetragen Ich kenne jeden deiner Züge Ich habe sie dir beigetragen Genug gespielt Genug gespielt Fruki Du hast dich kein Stück verändert Was für eine Enttäuschung Sieht nicht gut aus Mein Freund Ein herber Verlust für die Frauen dieser Welt Nicht reden Nimm den Der Schlüssel zu meinem Labor Geh dorthin Und entferne die verdammten Parasiten Sie Ashley Ich habe ein scheiß Leben geführt Aber jetzt Was denkst du, Leon? Menschen ändern sich, oder? Oh Mann Oh Mann Der arme Louis Cooler Charakter Krause Ich soll er bezahlen Ich habe dafür gekämpft Danke Gott Die sind ja auf uns alle eingestellt Sind ja auf uns alle eingestellt Damit kommen sie nicht davon, Krause Ich komme weiter Leon, ich hab nicht viel Zeit, also hör gut zu. Sie haben deine Freundin auf den Urturm gebracht. Beeil dich, dann schaffst du's vielleicht, bevor es zu spät ist. Ah, du bist also doch nicht herzlos. Ich schätze, ich sollte mich bedanken. Ja, stimmt. Oh Gott. Wir wählen Dieb. Kann mir jemand aber helfen, ein gestohlen Schmuckstück zurückzuholen, das eine kreische Pizza hat? Ist ja bestimmt zu ihrem Nest gebracht. Für mehr halb Stück und soll nicht das Vogelspielzeug enden. Dann zerkratzt das Marktverkaufen. Im Buchhof, okay. Amonsal sah dieser Widerling. Anhand des Anblicks seiner Visage rollen sich mir die Fußegel hoch. Tut mir jemand einen Gefallen vom Buchstatt? Ist ja ein Bruchteil für mich. Ja. Es hängt in dem Raum, der auf dem Foto zu sehen ist. Wie es gemacht wird, ist mir gleich. Wahrscheinlich wäre es am besten, es aber mit irgendwas zu bewerfen. Wahrscheinlich ein Ei, aber die haben wir nicht mehr. Ein Auftrag ist doch für die Straße, guter Arbeitpartner. Ha! Einsame Spitze, Fremder. Ich hab nur die feinste Ware im Angebot, Fremder. Wie bitte? Wo wir unsere Ware her haben? Ha! Das willst du nicht wissen, Partner. Ha! Ha! Komm! Jedert willkommen! Fremder! Oh! Dafür bekommst du ein hübsches Sümmchen. Kann ich sonst noch etwas für dich tun? So gut wie neu. Gute Arbeit, wenn ich das mal so sagen darf. Bist du beeindruckt? Ha! Bei dem handwerklichen Geschick ist das kein Wunder. So. Stirb mir da draußen nicht weg! Ha! 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 Okay, zum Uhlentum sollen wir also. Ah ja, jetzt haben wir den Beisal wieder anlockt. Oh, jetzt finde ich den kleinen Schlüssel. Oh, warte mal. Jetzt können wir doch zurück zur großen Halle fahren, oder? Oder ist das Viehzeug immer noch hier? Aber wir könnten jetzt... Beißen zu, ne? Na ne, ein Thronsaal ist ja auch ein Schlüssel. Ah, schade. Ich dachte, ich hätte jetzt einen genug, um das am Anfang zu holen wüsste. Das wäre halt geil gewesen. Das kann ich zumindest da hinten mal aufschließen. Oh nein. Das sind ja neue Leute. So. Oh Rolle. Okay. Integration. Das war das Porteu, was wir ruinieren sollen. Aber wir haben hier noch was. Notiz der Haushälterin 2. Oramon, mein Gebieter. Mit dem Eingriff morgen werde ich endlich die Krise der Städten überwinden. Was jetzt noch von mir übrig ist, wird schon bald nicht mehr sein. Herrlich, der heilige Leib ist ein wahres Wunder. Durch die Treue, die mein Gebieter schwor, ist das Licht, weil es meinen Weg erleuchtet. Unsere Schicksale werden bis zum Ende miteinander verwoben sein. Hat man solche Realität schon einmal gesehen. Ah, das ist so ein Schatz. Ja, dann ist es umso besser. Oh, hier gibt's Hühner. Klar mitgedacht. Ramons Beichter, mein Gebieter, mein gütiger Vater, segnet die Blutlinie der Familie. Er sah mit einem eisernen Hammer. Der Kunde meiner Familie nannte die heiligen Lehren der Los Liminados böse und verfolgte ihre Anhänger. Doch nicht genug. Er raubte ihren wertvollsten Besitz und versiegelte ihn unter der Burg. Welch Blasphemie. Welch Anmaßung. Wie lange musste ich mit der Schande quälen, dass das seine Blut auch durch meine Adern fließt? Endlich ist der Tag der Sühne gekommen. Oh, geliebter Lord Settler. Ich werde die heiligen Plaga, die einst unter der Burg verkraben wurden, freilassen. Die Zeit ist gekommen. Mit der Gnade des Himmels werden die Frevler als Teil der Herde wiedergeboren. Wiedergeboren ist Granado. Sie werden die treuen Diener meines Herrn sein. Nichts würde mich mehr erfreuen, als bei euren Füßen zu sitzen und mich eurem Glanz zu sonnen. Ich bin euer ergebene Diener. Ihr seid mein ewig währendes Licht. Euch schwöre ich unbeirrte Ergebenheit. So, jetzt nehmen wir mal kurz den Gewade ein. Ähm... Dürfte so passen, jawohl. Nein, ich werde kein... Ich werde kein goldenes Hühnerhain darauf schmeißen. Das ist Zerschwendung. Das ist nämlich eine Menge wert. Ja, das ist schon eher, danke. Ähm... Weißt du was? Ich hätte kurz den Wärtsgangspiel nicht mehr benutzen. Weiß ich ja sogar. So. Das halte ich von dir. Alles klar, jetzt kann ich aber trotzdem mal gucken, ob wir irgendwie zurückkommen. Hier ist es zwar zu, aber vielleicht komme ich auch wieder so trotzdem zurück. Weil so käme ich halt noch... Das wäre ja der Weg, wie ich da noch hinten hier rankommen würde und dann... Ja, könnte ich das noch anlocken. Dann hätten wir das doch noch geschafft. Okay, jetzt müssen wir jetzt mal hier durch die Sparline benutzen. Ich habe ja noch Nates, ne. Sorry. Äh, ja. Boah ey, hab ich ganz kurz die Befürchtung gestehrt. Aber alles gut. Wir leben noch. Warte mal, wo soll die andere Quest sein? Im Burghof. Also da irgendwo. Das ist ein Nest. In der Krille. Na. Die Töte sind wieder da. Ey, nervt so. Die spawnende Gegner. Ja. Der Shortcut. So. Okay. Das heißt, jetzt ist mal der Hirn zurück. Wir müssen durch den Burghof laufen. Bringt nichts. Da können wir nirgends hinfahren. Aber ich kann zumindest schon mal kurz die Quest abgeben. Dann mach das schon mal. Alle Achtung. Auf dich kann man sich wirklich verlassen. Angenehme Reise. Da sind jetzt auch wieder Leute gespawnd. Natürlich. Das war doch bestimmt die Krille, oder? So, aufhörig, wie die war. Da ist die Nest. Wird niemand vermissen. Willkommen. Na dann. Was kann ich für dich tun? Das wollte ich sehen. Stirb mir da draußen nicht weg. So, sehr gut. Dann haben wir nämlich jetzt auch eins verkauft. Gut, jetzt werden wir planen nochmal zurück, ne. Kommen wir da nochmal hoch? Was ist die Frage? Ja, genau. Hierüber. Kurze paar Schritte zurück. Und dann die Treppe nach oben. Wobei noch ein bisschen auf. Und dann gehen wir gleich zum Tunnel. Genau, jetzt atmen wir durch. Hoffen, dass hier nicht so viel respawned ist. Mödem, mödem. Natürlich sind die auch Leute da. Ja. Hoffen, dass hier nicht so viel respawned ist. Dorf, koräzön, 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 koräzön. Koräzön, koräzön. Okay. So, Schmuckkäfe. Den Quade können wir uns immer noch angeblich nicht mehr verwenden. So, jetzt rennen wir wieder zurück. Und dann weiter mit dem Express. Mal so was zu tun. Jetzt bin ich hier unten noch zu merken, aber ja. Na, der doch nicht. Okay. Bisschen Joggen. Ach, der Nix. Ich hasse diese Fische und zwar richtig. Lauf, Neon. Nerven. Da. Los geht's. Da ist der Urturner. Halte durch, Aschling. Puh! Da. 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 Sie sind überaus hartnäckig, Mr. Kennedy. Aber das hat jetzt ein Ende. Werft den Eindringling raus! Shit. Die Karte hat ein Eindringling. Geht die Karte! Die Karte hat einen Eindringling und abrunden. Oh, Herr. Geht euch das! Oh, Herr. 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 Ja! Okay, dann mach hoch hier, guten Tag Nicht gehen Hoffentlich nicht mehr so gut Ähm, okay Läuft Okay, das war jetzt sehr gut von mir Ja, okay, aber ich kann auch, wie steht es bitte Ich kann wahrscheinlich aber kurz abwarten Ich meine, es ist auf keinen Fall schnell genug, es ist Okay Ah, das ist ja nervig Gehen jetzt Natürlich Natürlich Ihr wisst echt, wie man Leute bekommen heißt Ja, ich habe ihn eigentlich laut weggerollt, finde ich nicht gut Ich hab mal kurz auf die nächste Ich hab mal kurz auf die nächste Ne, kurz mal gestoppt Ich habe jetzt die Können wir mal ein paar hier mit killen Rollt die alle weg Ne gut Ist da aber ganz gut Ist da noch irgendwo ein Schatz oder so vom Bild her Spiel mit Perlenrubinen So ok Ein bisschen lustig gefahren hier Ein Aufzug Wie aufmerksam Die Achtung! Oh, shit. Oh, it's gone, man. Nein. Geh weg. Warte mal, ich hab da doch noch was. Funktioniert. Okay, ich sollte vielleicht die Waren mal wechseln. Ja, ich hab verkackt. Wieder schieben, was ich krieg. Der hält, weil wir die wir drauf gelassen haben. Ich glaub, das gibt es nicht, wenn man den anhält. Aber ich seh die halt nicht so schnell. Sag ich ganz ehrlich. Ja, schade. Die, die, die nicht so schwer zu bekommen sind, hab ich leider nicht bekommen. Schieben und Run ist das jetzt grad nicht, bin ich ehrlich. Da hab ich es zu viel gekackt. Aber egal. Passiert. Ist ja immer alles so einfach, wenn ich es gern hätte. Nicht wahr. Geht ja nicht um die Gifanz, bei mir. Ging so nie. Weil da müsste das Spiel ja eh noch auf der Tür spielen. Oh, das hab bloß spätestens Schatz vergessen. Ach, toll. Nein. Wegen so einer Kleinigkeit hab ich jetzt nicht 100%. Hier, das ist ja ärgerlich. Ja, okay. Hat schon gespalt. Ja, jetzt ist's auch egal. Aber er ärgert mich jetzt, weil ich hat's fast. Jetzt wär auf der Ebene hier gewesen. Der Zweiten. Der Zweiten. Ging wahrscheinlich da. Egal, hab ich verkackt. Jetzt war's. Für 100% leider auch. Was war jetzt passiert? Das passiert. Das ist doch echt ärgerlich. Wegen einem Schatz, bitte. Das ist doch echt ärgerlich. Oh, oh. Alles klar. Da war ich zu schnell. Hahaha. Oh, Mann. Ne, das ist eh klar. Ah, wie gesagt, schade. Vor allem jetzt weiß ich auch nicht, wenn ich das schaffen könnte. Ich war weg. Guck. Gut, ich würde sagen, wir machen nächste Folge weiter sowieso. Bis zum nächsten Mal. Tschau, tschau. Tschau. Tschau, tschau, tschau. Ja da. Tschau, tschau. Tschau ... Tschau ... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020